Guten Tag, meine Freunde, der Leicht und Seich nur da hat und willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge von Guts and Glory. Beim letzten Mal hat es euch einigermaßen ganz cool gefallen, mir macht das auch immer wieder Spaß. Dementsprechend, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen und wenn ihr neu dabei seid, gerne ein Abo, hier liegt ein Barta, wie ekelhaft. Wir spielen direkt los, wir gehen auf eine Community-Strecke, wir gucken uns an, was neu dazugekommen ist. Vielleicht ja was schon unter meinem Namen, wenn jemand mal eine Strecke gemacht hat, ich denke eher nicht. Aber vielleicht unter Palutens Namen, Paluten, ich denke eher nicht. Vielleicht unter German Let's Plays Namen, ich denke, was steht hier? Ne, keiner, okay. YouTube? Geil! Seed! Jacksepticeye Fan Level. Ich bin auch ein Fan von Jacksepticeye. Ich gucke nur auf mein Handy, weil da ist so ein Hausverwalter, weil mein Keller ist gerade unter Wasser. Oh Gott, jetzt habe ich so gespuckt. Deswegen ist der Keller unter Wasser, ich spuck sehr viel. John and Jimmy oder Jack and Jill? Du meinst wohl Rebecca? Guck mal, da hinten ist das Auge. Ich weiß nicht, wie das heißt. Oh Gott. Aua, ist nicht gut. Hallo, Freunde, Freunde, Ranger. Ich habe was. Rebecca! Rebecca hat mich wieder daran gehindert, was in meinem Leben zu erreichen. Rebecca! So, jetzt komm und einmal ziehen. Als ob Rebecca so rumschreit jetzt. Rebecca! Oh Gott. Einmal noch, ganz entspannt wieder. Ja, bin rüber. Ohne Rebecca, ohne Rebecca. Rebecca, du hältst mich. Das ist nicht gut. Wie sitzen die da drin? Rebecca. Einmal. Als ob jetzt nur Rebecca rüber. Rebecca! Zieh uns rüber. Ja! Warte, wir fahren einfach rückwärts die Wand hoch. Wir fahren einfach rückwärts die Wand. Als ob ich jetzt tot bin. Das kann doch nicht wahr sein. Warte, ich finde das schon raus, wie man die lösen konnte. So, Rebecca ist weg! Rip! Das hat nicht geklappt. Okay, Z. Z ist lösen. Shift. Shift drücken. Und dann mit dem Sprint. Rüber! Das gibt's doch nicht! Ach, Mann! Ach, komm schon! So, und... Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube einfach, der ist dafür nicht gemacht. Ich glaube tatsächlich, der ist dafür nicht gemacht. Deswegen bin ich jetzt kein Jacksepticeye-Fan mehr. Fan mehr. Fan mehr. Was trendet denn gerade? Hm? Sacrifices. Findest du den Fehler? Zaaas! Zaaas! Ich will Zaaas spielen. Ich möchte Earl. Earl ist ein großer... Wow, Earl, was geht denn ab? So. Wow! Okay, alles cool. Alles ungut. Und dann machen wir das Ganze auch gerne mal richtig rum. Äh! Dann fahr ich halt rückwärts. Wie ist das Spiel wirklich? Hallo! Oh, Hausdach! Oh, 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 oh! Man kann Reifen verlieren? Ist ja verrückt. Nein! Weniger und... Oh, das ist perfekt. Oh, das ist perfekt. Nein! Okay, Earl lebt. Earl lebt. Alles gut. Alles entspannt. Und wir nehmen die Brücke hier. Und dann geht's einmal nach oben. Und ins Rein, ins Rein, ins Rein! Verdammt noch mal, Earl. Komm schon, Earl! Nice one! Okay, warte, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Und... Oh Gott, wir haben schon ein Eierrad. Das ist nicht gut. Eierräder sind nie gut. Was ist das denn für eine Eiermaschine? Ja, da hinten kann man auch einfach rausfahren. Fahr einfach hier raus. Fuck, da ist ein Schulgebäude. Erstmal ein bisschen Schub. Oh, geil, da kann man auch rein. Oh Gott, oh Gott. Alles gut. Ja, ich hab's geschafft. Ah, RIP, Alter. RIP. Du dachtest, man kann nur so da rein. Aber ich hab's auch so geschafft. Neue Strecke. Ich such mir nochmal eine beliebte aus. Eine schön beliebte Strecke. Spike Fall. Ist das so wie... So wie bei Happy Wheels mit dem Fallen. Nur, dass man das jetzt in 3D hat. Larry, wer bist du denn, Larry? Hallo? Ach du scheiße, Larry. Larry? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Larry? Larry, wir haben ein Problem. Genau das Problem, Alter. Larry ist der übelste Macker. Läuft hart. So, warte. Ach, fuck. Okay, warte, zurückwärts. Okay, Larry. Du und ich, wir machen das jetzt schwer vernünftig. Ah, Gott, das ist so schwer. Komm, und einmal so. Okay. Larry ist mein absoluter neuer Favorite. Langsam fallen, Larry. Langsam fallen. Spike Fall war immer schon schwierig. Okay, alles ist okay, Leute. Fuck, fuck, fuck. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Hoch. Vorne. Runter. Fuck. Okay, Larry. Du und ich. Wir müssen einfach nur ganz entspannt durch. Wir leben noch. Wir leben noch. Alles ist okay. Alles ist okay. Ich hab's gut gemacht. Larry. Oh Gott, wir waren fast durch. Ich suche Nummer 9. Strecke ändern. Wir machen das einfach. Oh Gott, Larry. Guck mal, wie geil Larry schon aussieht. The young family, ah, straight from the underground family, ah. Wir fahren einfach ganz entspannt hier rein und dann hat sich das. Im Prinzip eine Mission, die sich von selbst regelt. Ich seh nix. Jesus Maria. Leben wir noch? Ich glaub, wir leben noch. Ah, komm, ein bisschen Kratzer. Oder einfach mal geradeaus. Also ich mein, viele überdenken das halt immer. Ab ins Tal. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu weit. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu weit. Oh, das war nicht gut. Landen war perfekt. Gut. Wir fahren das einfach entspannt runter. Wie hört sich das denn an? Alle wollen ja mal springen. Ich fahr einfach wie ein König runter. Ich fahr noch. Ich sag's noch. Guck mal, mein Chillerfuß, den ich hier rausgemacht habe. Oh Gott. Schatz, kannst du vielleicht bitte dich nicht so anstellen und raus? Oh Gott. Heilige Mutter. Und Maria und Josef. Oh Josef. Oh Gott, Josef. Auf jeden Fall haben wir genügend Kraft, um zurückzufahren. Turbo. Es muss einen einfachen Weg geben. Vielleicht auch einfach eine einfachere Map. Gibt's mehr mit Larry? Ich mag Larry irgendwie. Weil ich will das jetzt nicht mehr machen. Ich will eigentlich... Larry! Yay! Wuuuuh! Ist ja voll easy mit Larry. Oh, ich hätte da vorne oben... Oh, oh, oh. Oh, sorry Larry. Larry und ich, wir regeln. Okay, alles falsch geregelt. Aber machbar. Okay, Larry ist am Start. Oh Gott, alles gut. Okay, ein bisschen schwieriger. Aber bin drauf. Ach Quatsch, wie sehr ich jetzt tot bin. Wir machen das schön entspannt. Fuck! Oh, zu schnell! Oh nein! Oh Larry! Oh Larry! Warum Larry? Warum Larry? Oh, oh! Larry, alles gut. Ich finde, Larry und ich... Der Mann mit dem Raketenstuhl. Nichts konnte ihn aufhalten. Nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn Mit der Macht von Grayskull. Oh Gott, das war ein Backflip. Oh Gott, still, still. Oh Gott. Ich gucke mir einfach erst mal das Level an. Wir gehen mal ein bisschen scouten. So, uns kann ja nichts abtreffen, weil wir im Prinzip zu mächtig sind. So, Larry, hier ist das Ziel. Siehst du das? Oh, perfekt. Gönnt euch mal die Landung, Alter. Okay, man muss ruhig. Man muss das ruhig angehen. Wir sind ein Wissenschaftler, wir setzen uns damit auseinander. Physik ist mein komplettes Hauptfach. Okay, vielleicht ist Larry auch einfach zu schwer hierfür. Der Devil. Hä? Vielleicht ist Larry der Devil, wenn er angeboten wird. Wird er nicht, Tim? Hallo? Guck mal, Sprung. Oh mein Gott, Timmy. Ah, nein. Perfekt, hier rüber springen. Timmy, Entspannung. Bitte, ich möchte Entspannung auf deinem Gesicht sehen. Oh Gott. Oh Gott, wo soll das? Was denn hingehen? Ich sehe mich nicht mal mehr. Oh, Hügel. Nicht gut, aber machbar. Meine Lebenseinstellung. Perfekte Landung. Leicht gebremst. Und jetzt? Jetzt. Ich war doch drin. Einmal den hier. Und einmal. Und einmal. Das muss einfach noch funktionieren. Wir nehmen einfach ganz entspannt. Und ein Hiding-Schein ist cool. Ein Einstimmungskurs. Alles ist entspannt. Oh, da sind kleine Minen. Aber damit kenne ich mich aus. Kleine Minen. So wurde ich früher genannt. Das war mein Stripper-Name. Kleine Mine. Und hier durch. Schön. Toll. Toll. Hier geben wir jetzt ein bisschen Gas. Supi. Top. Nicht schlimm. Alles nicht schlimm. Es sind alles Gummigeschosse. Und es kann im Prinzip nichts passieren. Guck, wir testen das mal. Und Gummigeschoss. Nichts. Guck. Oh, schön. Das ist total zockt. Wir machen das nochmal neu. Wie gesagt. Auf entspannt. So. Zacki, zacki. Durch. Und guckt euch das an. Das war wirklich easy peasy. Das ist wirklich easy. Easy peasy. Das schwerste, was man sich vorstellen kann. Und zwar. Destruction of Death. Earl und ich, wir sind eingefahren. Wir sind im Prinzip bereit für alles. Ihr glaubt, das wäre Death? Ich zeige euch Death. Perfekt. Guckt euch das an. Nice. Spagat. Das Hindernis ist nicht das Hindernis, sondern das Ziel. Zack, zack, zack. Oh. 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 Gut, perfekt. Und zack, spawn ich da oben. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? So. Und wir können hier direkt weiter zum nächsten. Respawn. Ähm. Ach, komm schon. Da war nur ein Arm dran. Eis ab. Manchmal muss man auch die lange Route nehmen, um die kleine Route schnell zu erfüllen. Fuck. Okay, die kurze Route ist meistens echt die klühere. Ach, komm schon. Warte, wir warten kurz ab, bis die Schneidedinger rauskommen. Jetzt können wir entspanter durchfahren. Nein, wir müssen da drauf. Ja. Oh, ich hab's noch bekommen. Und wir spawnen. Alles gut. Wuhu. What? Oh. Knappes Ding. Schnell drauf. Uiuiui. Immer noch weiter durch. Männlich. 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 Och, Mann. Ich hab gerade You're the Poop freigeschalten. Ich wollte aber nicht the Poop sein. You're the Poop. Und. Einfach perfekt. Na. Oh. So nah. Oh. Oh. Bitte, bitte. Oh. Bitte steh dich nicht so an. Nein. Nicht jetzt Sonnen. Oh. Bitte sonn dich jetzt nicht. Oh. Oh. Das Geheimnis ist Speed und Slow-Mo. Perfekt. Okay. Ich geb's zu. Es ist mir zu viel. Es ist mir zu viel. Wenn ihr noch mal eine Folge machen soll, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Macht mir gerne auch mal eine Map oder so. Ich glaube, man kann die auch in dem Game einfach erstellen. Müsste noch ein Alpha- oder Beta-Zusatz sein. Bin mir nicht ganz sicher, wie das alles dann funktioniert. Würde ich mich derbe drüber freuen. Oder soll ich mal eine Map machen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo dabei, wenn ihr noch dabei wart. Und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und rein. Und ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.